Und während der Professor die Pakete stapelte, hörte er ein komisches Surren durch die offene Terrassentür. Zwei seltsame Damen mit einer Art Propeller am Kopf landeten dort gerade und sie hatten Pakete und Gehekt. Zwei seltsame. Zwei seltsame. Zwei seltsame. Zwei seltsame. Zwei seltsame. Zwei seltsame. Der Professor verstand kein Wort. Online-Bestellungen, Drohnen und ZURRRRRR waren die Drohnen Amazonen schon wieder weg. Untertitelung des ZDF, 2020